hallo ich habe hier gerade etwas ganz interessantes festgestellt und zwar ich sammle ja auch alte schokolade hier habe ich schon zwei stück und diese wie gesagt ich hatte habe jetzt hier schon das dritte modell und die haben eine soll bruchstelle dass die immer an der gleichen stelle aufgehen und zwar ist das hier in der mitte so und jedes mal an der gleichen stelle also das muss schon vom hersteller so gewollt sein und das ist finde ich schon ein ziemlicher skandal so 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 so